An meiner Passion! Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht bei der Grafenbeierer Dotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht. Aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Lüge machen! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Zaufen in ihrem eigenen Blut! An meiner Passion! Jahrhälp! Untertitelung z miracles